Hallo zusammen zur folgenden Aussage. 3 ist nicht gleich 3. Wie kann das sein? Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause. Gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht, dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Hier steht nicht 3 ist nicht gleich 3, sondern hier steht 3 ist nicht gleich 3 Fakultät. Dieses Ausrufezeiten bedeutet Fakultät und da ist 1 Fakultät 1, 2 Fakultät 2 mal 1, also 2. 3 Fakultät 3 mal 2 mal 1 gleich 6, 4 Fakultät 4 mal 3 mal 2 mal 1 gleich 24 und so weiter. Hier steht also 3 ist nicht gleich 3 mal 2 mal 1, also 3 ist nicht gleich 6. Und das stimmt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Fakultät schon kanntet. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.